Ernie, Ernie, und das hatte ich euch ja schon, ne, da hab ich hier mal so Schildchen machen lassen, ne, ja, nochmal, auf eigene Kosten, ne, für euch, dass, äh, bei mir wichtig ist, dass ihr alle da auch mal ein Stück ein Zeichen setzt. Wie hier, von euch sollte ich jetzt hier so ein Dings, äh, Ulf, ja, dass ihr da mal ein Zeichen setzt. Das gibt's hier auch in anderen Farben. Tanja, darum geht's doch jetzt nicht. Das geht ja gegen Diskriminierung. Ja, das sagt er jetzt der Richtige, ne? Ja, hat sie aber recht, weil Aktenmongo, haben sie gesagt. Ja, nee, du bist ja nun auch manchmal... Nee, über ihn. Ja, das ist ja jetzt Quatsch. Nee, das stimmt. Oder Lumpenerner, sagen sie immer über... Ja. Ja gut, im Falle von der Frau, äh, äh, Klüver, ist das richtig? Da hab ich tatsächlich mal gesagt, dass die Garderobenauswahl da nicht im Standard... Ja, und, äh, äh, dass, äh, er hier, äh, eigentlich auf Erika stehen müsste, weil in Indien ja die Kühe heilig sind. Das hat er, äh, äh, gesagt. Das ist, äh... Mehrfach. Jetzt tut mir leid, aber wenn mir so ein Gesichts, äh, Gulasch gegenüber sitzt, dann kann ich nicht sagen, Sie sind wunderschön, Frau, äh, Dings. Ja, das hat aber eher was mit Ehrlichkeit zu tun als mit Diskriminierung. Ja, gibt's in dem Laden hier, gibt's da Leute, die mit dem ganzen Arbeits, äh, Pille, Palle besser Bescheid wissen als ich? Ja, gut, womöglich. Aber, äh, Fachwissen engt ja auch ungeheuer ein. Muss man ja auch mal sehen. !